So, der Lask empfängt den BAC. Das erste Spiel für den BAC. Für den Lask, der hat schon ein paar Spiele hinter sich. In der ersten Liga. In der ersten Liga. Ah, das muss ich nicht. Ja, das war ein Mann-Fehler. Na, entschuldige, wenn ich dich da immer ausbesser, aber... Naja, muss ich, ja, muss ich mal angucken. Oh, der ist schnell gewesen. Bist du sehr gut. Oh, gut ist das schon. Guter Eckball. Ja, Tabellenstand. Lask auf der 5, wer hat sie? Noch auf der 9. Weil noch nicht gespielt. Oh, der. Wenn ihr euch wundert, wie das gehen kann, wenn ihr... Wenn sie auf der 19. und noch nicht gespielt haben. Die Unentschieden werden ja gezählt gegen die eigenen Mannschaften. Und da schon einige gespielt haben und schlechte gespielt haben. Von der Tordifferenz her dann wahrscheinlich auch. Und, und, und. Ich bin quasi noch nicht so viel Unentschieden. Oh. Alter, hast du den echt jetzt... Direkt probiert. Ja, entschuldige, wenn ich dich da immer ausbesser... Wenn dir das auf die Nerven geht, dann sagst, das soll jetzt nicht irgendwie besserwisserisch... Boah. Soll jetzt nicht irgendwie besserwisserisch sein oder so. Nur, dass wir eben jetzt wirklich nicht durcheinander kommen, dann mit... Ich meine, jetzt ist noch wurscht, erste, zweite Liga, mit den Mannschaften. Aber, es wird nicht irgendwann nicht mehr so sein. Wunderschön. Darida. Eine wirklich gute Verstärkung, der dritte Treffer, das hat gefällt. Ah, ich helse schon jetzt. Da genehmigt sich der Trainer gleich einmal was zum Kieferen. Sicher. Trainer, ist es nicht... Es ist nichts nachvollziehend. Hat es nichts nach... Hat es nicht... Was ist jetzt zu tief? Hat es nicht... Ich weiß nicht, warum ich als Kieferen kann. Ja, und wollte aber Snickers sagen und dann... Ah. Das ist nichts nach... Läuft. Genau, spüren zum Ritzi. Der pampert dem Scheine. Oh. Oh. Das war nicht gut, Ritzi. Und Kölginger. Ja, das war kein gutes Allerz. Das war kein gutes Allerz. was machst du so weit draußen oder vierte treffer darita bist du behindert oder so ob es mit dich erschießt im kommunismus wirklich was war das soll der goalie musst du vor sein dass du nicht erschossen wirst für sowas oder zwei harte schnitzer zwei harte schnittschnacks oder ja ist man nicht gewöhnt leider das auftreten vom dhc eigentlich ich habe mich kauts Der weg. Bitte? Der hat wieder mal geskreuzt. Genau. Nein, immer ist der Gulenett draußen. Was? Alter, geht auch scheißen. Alter, geht auch schon. Boah, jetzt kann es durchgehen. Heute hätte ich mir nicht gedacht, dass er sich auf die Pappen hat. Alter, was? Nur gelb, Alter? Nur gelb? Danke. Du hast gesagt, das Celtic-Match. Also das Schottenturvy wird aufregend, Alter. Bist du behindert, Alter, Schiri? Gott sei Dank. Wenigstens mal ein Tor. Und der erste. Ja, noch ist nichts verloren. Natürlich ist es besser ein Spiel am 3-Fing. Ich habe auch der WRC. Da habe ich auch von bald ist es, ja. Aber waren halt drei richtige Schnitze. Komm, bald! 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 Der Schwarzer läuft schnell. Na ja, wird vielleicht doch nichts mit Bollt in der FIFA-Karriere. War nicht. Wenn er sich nicht einigt mit dem Gehalt, habe ich heute gelesen. So, ja. War nicht gelesen. Bäh? War nicht gelesen. Warum? War nicht gelesen. Und er meint, er ist das 20-fache Wert oder so irgendwie. Na ja, eigentlich für das erste Match. Alter, wie lange gibst du noch Vorteil für das Pimpel? Ich glaube, ich habe eine Schwäche von dem Gohle gefunden. Oh, schon. Das könnten sie auch noch verbessern. Dass das Nachttreten und so sehr wohl auch Konsequenzen haben kann. Nein. Was ist da keiner da? Alter. Jetzt haut sie aber mal ja aus, Alter. Ich weiß nicht, warum ich ihn auswechseln habe. Also war die Position. Äh? Alter. Na, jetzt. Zuerst er redet, dann bleibt er stehen. Ah. Oh! Oh. Was mache ich nur? Was mache ich nur? Was mache ich nur? So kann man sich die Namen mitnehmen. Oh! 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 Ja, das ist eine harte Partie. Ja, Lars will sich mit diesem Spiegelstand, der derzeit herrscht, aus Platz 1 schieben. Oh, es geht keiner hin. Na komm her, Alter. Aber jetzt muss er raus. Jetzt muss er raus, Alter. Außer mit dem Meisterpropp, Alter. Was? Was, Alter? Was? Was? Alter, du Wichser, Alter. Wirklich? Das war... Alter. Alter? Na, so was tauben. Alter, scheiß doch die Wand an, Alter. Für was spiel ich da überhaupt noch, Alter? Werde hunderttausendmal gelegt, hunderttausendmal gefault, Alter. Von hinten, von vorne, von der Seite, Alter. Nichts! Was? Was ist ne Harteentscheidung? Na, nicht einmal gelb oder so, weißt? Gar nichts. Das ist Wahnsinn. Das hat eigentlich rot sein müssen. Oh. Alter. Boah, du bist der Schlauste. Schön da wieder. Na, okay, komm, Alter. Das hätte jetzt noch gefehlt, wenn er ihn ausgeschlossen hätte. Okay. Alter, zieh ab! Oh. Schön. Jetzt hab ich mir wieder gedacht, Alter, warum nimmt der den an? Okay, passt. Ein paar Minuten noch. Nein! Alter, jetzt kriege ich den Ball nicht mehr. Alter. Ja. Ja. Ja, etwas glücklich, aber doch jetzt noch gewonnen, sage ich mal. Ja, mit dir wieder schiebt sich das hier auch. Alter. Alter, da kriegst du lange, ja, wirklich. Ja, Lars setzt sich damit an, die Spitze der Bundesliga, mal nach diesem Spieltag. Jetzt kommt aber noch ein Spiel danach. Was war jetzt? Okay. Okay. Na gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein, macht's gut und ciao. Ciao. Ciao.